Hallo ihr Lieben, ich habe heute Acrylic Purin. Hatten wir lange nicht, war mal wieder Zeit und ich habe nämlich bei einer YouTuberin etwas gesehen, was ich ausprobieren wollte. Das Ergebnis ist jetzt nicht so geworden, wie sie es jetzt zum Beispiel dann hatte, aber ich finde das Ergebnis trotzdem wunderschön. Die YouTuberin heißt, glaube ich, Fiona Art oder so ähnlich. Die macht eigentlich fast ausschließlich Acrylic Purin in so vielen verschiedenen Varianten und lädt auch gefühlt jeden Tag immer ein Video hoch, um zu zeigen, was sie da macht. Und sie ist, glaube ich, Slowenen. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Also sie spricht Englisch und ich habe es nicht mit Englisch, aber wenn ich es verstehe ungefähr, was sie da macht, dann reicht mir das ja schon. Sie zeigt das halt auch immer und genau. Ich habe drei Farben, die ich nutze. Ich nutze das Schwarz als Grundierung. Bei ihr fließt das immer viel, viel schöner. Ich gehe davon aus, entweder ist es mehr Farbe, woran es bei mir ja oft scheitert oder eben bei ihr ist die Farbe immer flüssiger. Es kann beides der Grund sein. Aber die Grundierung war jetzt trotzdem für mich in Ordnung. Wichtig war ja, dass da eine Grundfeuchtigkeit drauf war. Und ich habe es dann, nachdem es so nicht so ganz schön zerflossen ist, wie ich es mir gewünscht habe oder ich vielleicht auch zu ungeduldig war, habe ich dann so ein bisschen mit den Fingern nachgeholfen. Ich hatte ja Handschuhe an, dadurch ging das. Dafür sind sie ja da und war für mich jetzt dann auch in Ordnung. Dann haben wir noch einen Weiß und einen Beige-Gold und den habe ich genommen. Man kann es natürlich auch mit anderen Farben nehmen, aber so ähnlich hatte sie es jetzt auch gemacht, da ich jetzt die Grundvoraussetzungen so gut wie möglich ebenfalls haben wollte, wie sie sie hatte. Weil ihre Ergebnisse sind wirklich mega. Also ich hoffe, ich finde den Kanal noch. Dann würde ich euch den in der Infobox noch verlinken, damit sie einfach auch ihre Kredits auch kriegt. Beziehungsweise ich gucke mal, ob ich das Video, was ich als Basis genommen habe, da einfach mit verlinke. Und dann hat sie da einfach, dann könnt ihr da auch mal schauen, wie es der Profi macht, weil sie macht es wirklich mega. Und ich schaue ihre Videos total gerne. Und ja, da mache ich es gerade mit den Fingern. Und während ich da noch ein bisschen wuschle, wollte ich schon mal sagen, vielen, vielen lieben Dank, dass wir schon so viele sind. Für mich sind es ganz viele. Wir sind über 480 Abonnenten aktuell. Ich freue mich über jeden, der dazukommt. Und werde da auch, wenn da Kommentare sind, ich versuche da eigentlich immer, darauf zu reagieren. Und falls ihr Wünsche habt, was ich zum Beispiel ausprobieren soll oder wo ich merke, oh, da ist das Interesse groß, werde ich natürlich immer schauen, dass ich es nochmal mache. Ich werde Raisin demnächst nochmal machen. Und ich habe noch Hydroflor zu Hause. Das werde ich auch nochmal machen. Ich finde es halt Hydroflor, es ist ein tolles Material, will ich gar nicht wegquatschen. Ich mag es halt nur nicht, wenn es zwei Komponenten sind, wo ich das Gefühl habe, ich werde irgendwann, eins wird mir irgendwann fehlen. Und das finde ich dann immer schade. Das finde ich beim Epoxidharz schon immer ein bisschen schade. Und dementsprechend, aber ansonsten, Raisin finde ich ein mega schönes Material. Und das werde ich, glaube ich, auch demnächst nochmal machen. Ich werde mir auch das andere von Etta Art nochmal holen. Und dementsprechend werde ich dann nochmal schauen. Hier seht ihr jetzt gerade, wie es weitergeht. Also nachdem die Grundierung ja schwarz war, das heißt, da ist eine Grundfeuchtigkeit, also ich habe es auch nicht trocknen lassen, habe ich dann erst einen Klecks weiß, dann diesen beige-gold Ton und darüber kommt nochmal ein weiß Klecks. Und dann geht eigentlich die Arbeit los, sage ich jetzt mal, weil man muss pusten. Ich bin jetzt nicht so die, die richtig viel Puste hat, und deswegen sind, glaube ich, die Puste-Ergebnisse anders, als jetzt bei der YouTuberin, wo ich die Idee hier habe, so ein bisschen das mal auszuprobieren. Weil theoretisch, man kriegt, wenn man das richtig macht, kann man so eine Art Hibiskusblüten, hat mich das so ein bisschen daran erinnert, hinbekommen. Und ich liebe ja Hibiskus. Hibiskus ist für mich die Pflanze, die ich, glaube ich, am schönsten finde mit den Blüten. Und es gibt ja unterschiedliche Sorten. Es gibt welche mit großen Blüten, kleinen Blüten. Und mich hat es so ein bisschen an die großen Blüten daran erinnert. Das Ergebnis jetzt bei mir ist tatsache eher so in Richtung Marmoreffekt, den ich trotzdem unglaublich schön finde. Deswegen, ich liebe das Ergebnis. Also ich werde es auf jeden Fall nochmal machen. Es sind minimale Zellen entstanden. Ich hatte aber auch kein Silikonöl drinne und habe mich bewusst dagegen entschieden. Ich habe es jetzt aufgrund dessen, da ich dem Englischen nicht ganz so mächtig bin, habe ich auch nur bedingt verstanden, wie die Anleitung war. Habe es also nur aus dem, was sie gezeigt hat, gesehen. Die Farben sind bei ihr meistens angemischt. Das heißt, ich sehe nicht, was sie macht. Sie hat sie immer schon in so einem Becher drinne. Also es kann sein, dass sie da das Silikonöl schon mit reingepackt hat. Ich habe es nicht mit drinne. Es sind minimale Zellen trotzdem entstanden. Und genau, dementsprechend ist aber trotzdem ein sehr, sehr schönes Ergebnis entstanden. Dann habe ich mit so einem aufgepusteten Handschuh dann versucht, da nochmal so ein bisschen diese Blütenoptik mit reinzubekommen. Hat bei mir jetzt auch nicht komplett funktioniert, hat aber trotzdem einen wunderschönen Effekt gemacht. Dafür, man kann es auch mit einem Luftballon machen. Man muss es jetzt nicht mit einem Handschuh machen. Sie hat es jetzt eben mit einem Handschuh gemacht. Dadurch habe ich es jetzt einfach auch mal gemacht. Habe aber auch noch Luftballons zu Hause. Werd also diese im Zweifel auch noch nutzen. Das ist der Vorteil, wenn man gefühlt den kompletten Bastelladen zu Hause hat. Also dementsprechend. Ich habe jetzt übrigens auch angefangen, jetzt mal zu schauen, dass ich euch so ein bisschen was abfilme. Ich habe jetzt zum Beispiel noch gefilmt, meine Epoxidharz-Zubehörsachen, die ich so da habe. Also dementsprechend ist da ganz viel schon im Machen. Ich freue mich, euch die Sachen dann auch zu zeigen. Jetzt hier bei dem Bild war es mir einfach so wichtig, weil ich es selber so mochte, euch das relativ schnell zu schicken. Das hatte ich schon als Short-Video hochgeladen und auf Instagram und dadurch, ja, ich liebe das Ergebnis auf jeden Fall. Und genau, auf jeden Fall wollte ich noch sagen, dass ihr gerne einen Kommentar reinschreiben könnt, was ihr euch gerne wünscht. Ein Däumchen nach oben und Abonnent, klar freue ich mich mega drüber. Bei Däumchen nach unten bin ich manchmal. Es gibt ja so Videos, wo ich denke, warum hat man da jetzt einen Daumen nach unten gegeben? Ich weiß nicht, ob das anderen YouTubern auch so geht, warum. Aber ich glaube, wenn ich mir jetzt anfange, zu viele Gedanken darüber zu machen, dann macht mir das irgendwann keinen Spaß mehr. Dann setze ich mich so unter Druck. Und da ich das ja ein Stück weit auch für mich, für meine Erinnerungen, für meine positiven Erinnerungen einfach haben möchte, mache ich mir da jetzt keine Gedanken. Ich hatte nur manchmal, wenn ich so reingucke, denke ich, okay, gerade wenn ich so bei den Short-Videos meine zwei Meerschweinchen zeige, wo ich denke, warum macht man da einen Daumen nach unten? Weil da ist nichts, was irgendwie falsch wäre, also was anderes wäre, wenn ich jetzt irgendwie die zwei Schweinchen in so einem minimalen Gehege hätte oder so. Das ist es ja gar nicht. Also, oder auch beim Futter, das ist Frischfutter, ja. Ja, und da stehen zwar auch so eine Näpfe für Trockenfutter, das ist aber gesundes. Also, wie gesagt, also dadurch, aber ich freue mich über jede Reaktion. Ich freue mich über einen Kommentar, falls ihr euch gerne was wünschen wollt und dementsprechend. Ja, ich zeige euch jetzt gleich das Ergebnis. nochmal ein bisschen näher und ihr seht schon, ich räume es jetzt nämlich gerade in meinen Karton. Da trocknet das dann immer gut durch. Und ja, ich sage schon, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und dann bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.